So Leute, hier gibt es jetzt ein ganz schnelles Update-Video, noch zur späten Stunde. Bei mir ist es bereits halb zwei Uhr morgens, ich habe morgen einen Flug. Trotzdem wollte ich jetzt so schnell wie möglich noch ein Update-Video für euch raushauen, denn wir haben ja heute bei Binance das erwartete Breakout aus dem Symmetrical Triangle gesehen. Leider nicht nach oben, sondern nach unten. Aus diesem Grund waren wir ja auch die ganze Zeit im Symmetrical Triangle eher 50-50 eingestellt, weil noch relativ unklar war, in welche Richtung das Breakout passieren wird. Jetzt haben wir tatsächlich ein Szenario gesehen, was ich ja bereits vor zwei Tagen angesprochen habe und was ich ja vorhin auch noch schnell in die Telegram-Gruppe gepostet habe. Und zwar das Szenario, wo wir bei Binance nach unten ausbrechen, aber das Symmetrical Triangle bei Coinbase weiter hält. Wie ihr hier sehen könnt, der Coinbase-Support des großen Symmetrical Triangles wurde perfekt angetestet und ich habe ja vor zwei, drei Tagen schon gesagt, dass wenn wir einen Breakout nach unten sehen bei Binance, es passieren könnte, dass wir bis runter auf den Support bei Coinbase korrigieren und dann eben bei Binance einen Retest sehen werden. Ich habe ja auch bereits gesagt, dass es dann relativ wichtig wäre, wenn wir noch ein weiteres bullisches Szenario für Bitcoin sehen wollen, dass wir eben mit diesem Retest hier wieder ins Symmetrical Triangle bei Binance reinkommen. Bis jetzt haben wir das nicht geschafft. Ihr seht es ja auch schon beim ehemaligen Support des Binance Symmetrical Triangles wurden wir beim Kurs wunderbar rejected. Ich werde euch natürlich jetzt ganz genau sagen, was ich vor allen Dingen über die Nacht bis zu meinem nächsten Video vom Bitcoin-Kurs erwarte, ob ich gerade irgendwelche Trades offen habe oder wie das Ganze momentan einfach generell aussieht. Ich kann euch vorweg sagen, ich habe einen ganz kleinen Long hier bei dem erfolgreichen Bounce eröffnet, als wir gesehen haben, okay, wir sehen hier, dass der Kurs richtig schön aufgekauft wird. Das könnt ihr hier sehen, das ist mein kleiner Long, den ich hier unten dann eröffnet habe, nachdem wir hier wunderbar gesehen haben. Ihr seht auch schon, wir haben hier richtig schönes Volumen reinbekommen, der, wie man das halt eben bei einem schönen Bounce erwartet, wurden wir halt einfach wunderbar relativ rapide aufgekauft und sogar noch mit relativ viel Kaufvolumen. Aus diesem Grund habe ich mich dann hier oben dazu entschlossen, eine kleine Long-Position zu eröffnen. Die ist gerade mit 6700 Dollar im Gewinn, das heißt 0,2 Bitcoin, nichts allzu vieles. Ich habe den Stop-Loss jetzt über die Nacht auf jeden Fall mal in den Profit gesetzt, dass ich garantiert kein Minus mehr mit dieser Position machen kann. Aber das interessiert euch jetzt vielleicht gar nicht, was ich hier gerade für eine Position offen habe. Falls ihr euch, by the way, für dieses ganze Trading-Thema interessiert, schaut gerne mal unter diesem Video in der Videobeschreibung vorbei. Ich habe euch hier dieses Trading-Tutorial mit Tipps und Tricks verlinkt, weil wie ich heute im ersten Video bereits gesagt habe, wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen, in den nächsten 72 Stunden, danach, spätestens, werden wir noch viel mehr Volatilität sehen, als wir jetzt auch bereits nach dem Video gesehen haben. Denn, wenn wir uns das Ganze einfach mal anschauen nach dem Video, haben wir hier wirklich einen 6%igen Drop bei Bitcoin gesehen, in kürzester Zeit, innerhalb von einem Tag. Und dann haben wir ja kurz danach auch wieder hier einen 7% oder 6%igen Pump nach oben gesehen. Das heißt, das sind fast 10% Moves nach unten und nach oben. Da muss man einfach ganz klar sagen, das ist schon eine hohe Volatilität, aber ich gehe davon aus, dass die Volatilität in den nächsten Tagen noch deutlich, deutlich größer werden wird. Denn, Leute, eine Sache, die ich persönlich natürlich jetzt ganz klar im Auge behalte, Punkt 1, erste Sache, die wir gerade schon angesprochen haben, die Rejection hier bei Binance ist natürlich kein allzu bullisches Zeichen. Und wir haben ja bereits darüber geredet, dass es sein kann, dass wenn wir bei Binance eine Rejection sehen, dass wir einen weiteren Retest bei Coinbase erwarten müssen. Das heißt, dass wir in den nächsten Tagen einen weiteren Retest hier bei Coinbase, also das heißt, in den nächsten Tagen an sich, heute, also das heißt, am 21. jetzt, je nachdem, um wie viel Uhr ihr das Video seht, das heißt, heute an sich, wenn die meisten es wahrscheinlich von euch sehen, am 21. dass wir hier im Laufe des Tages eben einen weiteren Retest bei Coinbase sehen. Und dieser Retest, der wird, sollten wir den eben sehen, sehr, sehr relevant sein. Denn dieser Retest wird uns entweder dabei helfen, hier ein richtig schönes W-Pattern zu formen, was dann dazu beitragen kann, dass wir hier eben mit Hilfe des Coinbase-Supports vielleicht doch noch einen Breakout nach oben sehen. Oder wir werden eben sehen, dass die Bullen keine Kraft mehr haben, hier so einen aggressiven Bounce mit ordentlich Kaufvolumen hinzulegen, wie wir es eben hier gesehen haben. Und dann muss man eben ganz klar sagen, wird die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir ein weiteres Breakout nach unten sehen. Vor allen Dingen eben, weil wir es bis jetzt beim Retest bei Binance noch nicht wieder reingeschafft haben. Aber Leute, wie gesagt, wir können jetzt bis zu meinem nächsten Video ganz klar über die Nacht im Auge behalten. Ich werde es euch ganz klar sagen, oder das heißt, wenn ihr morgen aufsteht, wollt ihr genau nach einer Sache gucken. Befinden wir uns noch unter dem Binance-Symmetrical-Triangle. Wenn ja, bewegt sich der Kurs in Richtung vom Coinbase-Support, dann wisst ihr ganz genau, wir müssen ganz genau hier diese Support-Linie im Auge behalten. Denn das ist so ein bisschen die letzte Hoffnung so mäßig für Bitcoin. Wenn wir auch bei Coinbase, das ist der letzte Exchange, wo dieses Symmetrical-Triangle gerade noch intakt ist. Natürlich ist das ganz gut, Coinbase ist ein sehr großer Exchange, viele Volumen. Das Symmetrical-Triangle ist ja auch noch auf dem Daily-Chart intakt. Das heißt, das sieht momentan alles noch nicht allzu schlimm aus, vor allen Dingen, weil wir auf dem Daily-Chart relativ schön aufgekauft wurden. Aber wir müssen, wie gesagt, ganz, ganz klar im Auge behalten, dass sollte sich der Bitcoin-Kurs erneut, vor allen Dingen durch die Rejection bei Binance, jetzt nochmal in die Nähe dieses Symmetrical-Triangle-Supports bei Coinbase bewegen, wollen wir eben ganz klar genau dasselbe sehen, was wir hier gesehen haben. Und zwar ein Bounce mit erhöhtem Kaufvolumen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir sozusagen nur kurzzeitig runtergehen und vorzeitig vielleicht sogar bereits aufgekauft werden und das dann auch mit ordentlich Volumen. Das will ich sehen, sollten wir hier nochmal bei Coinbase auf den Support runterkommen. Denn ansonsten sehen wir dasselbe Szenario, was wir hier gesehen haben. Dafür gehe ich mal auf einen kleineren Timeframe. Ansonsten sehen wir dasselbe Szenario, was wir hier bei Binance gesehen haben, sondern wir kommen runter auf den Support, sehen vielleicht sogar einen Breakout kurz unter den Support, werden zwar aufgekauft, aber ohne signifikantes Kaufvolumen. Und wie ihr sehen könnt, der Bounce bei Binance, deshalb habe ich ja gesagt, dass das gerade, vor allem im heutigen Video, habe ich ja gesagt, dass der Bounce bei Binance bis jetzt noch nicht allzu gut aussieht. Und kurz danach sind wir dann auch tatsächlich bei Binance darunter gebrochen, weil wir eben kein signifikantes Kaufvolumen reinbekommen haben. Genauso wie wir eben hier wussten, dass das Ganze höchstwahrscheinlich nur ein Fakeout wird, weil wir es auch wieder nicht aus diesem Widerstandsbereich rausgeschafft haben und hier auch, wie ich angekündigt habe, kein signifikantes Kaufvolumen gesehen haben. Das sah jetzt eben bei dem Bounce bei Coinbase etwas anders aus. Das heißt, wir wissen ganz genau, dieser Support bei Coinbase ist ganz klar noch im Takt, aber ganz klare Geschichte, wir haben jetzt natürlich bei einem anderen sehr großen Exchange, und zwar bei Binance, diesen Widerstand über uns. Das heißt, was wir über die Nacht sehen wollen, ist entweder, dass die Bullen stark genug sind, hier ein schönes Hätten-Schulders-Pattern zu formen. Dieses Hätten-Schulders-Pattern wird uns definitiv dann wieder hier über unser Triangle bringen und würde uns auch mit einem Target komplett Full Power wieder in den Widerstandsbereich reinhämmern, was dann natürlich bedeuten würde, dass wir eine erneute Chance haben. Die Bullen hätten dann eine erneute Chance, den Widerstandsbereich nach oben zu verlassen, dann wollen wir signifikantes Kaufvolumen sehen und dann haben wir eben eine große Chance, hier doch noch ein bullisches Breakout bei Bitcoin zu schaffen. Aber, wie gesagt, jetzt gerade ist es noch zu früh zu sagen, ob wir das Ganze schaffen werden oder nicht. Ich wollte euch nur kurz sagen, was ihr im Auge behalten solltet, wenn ihr dann morgen aufsteht. Wenn ihr morgen aufsteht oder je nachdem, wenn ihr das Video dann erst morgen jetzt seht am 21. und eben aufsteht, euch den Chart anschaut, haben wir hier ein schönes Hätten-Schulders-Pattern. Das kann natürlich passieren, das ist auf jeden Fall hier eine sehr, sehr große Möglichkeit. Oder sieht es eben anders aus und wir nähern uns schon wieder dem Coinbase-Support an, und wenn das natürlich der Fall ist, dann hat Bitcoin trotzdem hier an der Stelle die Chance, einen wunderschönen doppelten Boden zu formen. Aber, wie gesagt, nur wenn wir genauso einen schönen Bounce sehen, wie hier das erste Mal beim Coinbase-Support und wie die letzten Male. Der Coinbase-Support wird eigentlich immer extrem stark aufgekauft, auch mit ordentlich Kaufvolumen. Aus diesem Grund, das ist das, was ich über die Nacht im Auge behalten werde. Ich werde nicht die Nacht wach bleiben. Das ist mehr oder weniger das, was ich direkt mir anschauen werde, wenn ich morgen aufstehe. Das heißt, behaltet das im Auge. Wie gesagt, wenn wir wieder so einen schönen Bounce sehen mit ordentlich Kaufvolumen, dann kann man hier unten beim Coinbase-Support definitiv, genauso wie ich es auch gemacht habe, beim ersten Bounce direkt natürlich eine Long-Position dann nochmal eröffnen. Sollte diese Long-Position geschlossen werden, werde ich an der Stelle natürlich, wenn wir so einen schönen Bounce auch wieder sehen, auch eine neue Long-Position öffnen. Ich will jetzt nur nicht über die Nacht riskieren, dass wir jetzt hier über die Nacht bei Binance wirklich die Rejection sehen und wir dann über die Nacht den Coinbase-Support antesten, wo ich nicht wach bin und dann natürlich nicht überprüfen kann, ob das ein erfolgreicher Retest wird, wo die Bullen noch genügend Power zeigen, wie sonst immer beim Coinbase-Support, oder ob wir relativ schnell sehen, dass das ein Retest wird, hier genauso wie bei Binance. Und zwar einfach nur ein relativ magerer Pump, das heißt sozusagen, dass die Bullen kaum Kraft haben, das Ganze wieder aufzukaufen, die Bären den Kurs immer wieder auf den Support runterpushen und vor allen Dingen an keiner Stelle wirkliches Kaufvolumen reinkommt. Das ist das, was ihr im Auge behalten solltet. Ansonsten Leute, wie gesagt, schaut euch hier, wenn ihr die Informationen von meinen Videos in die Realität umsetzen wollt oder die Informationen aus der Telegram-Gruppe, schaut euch hier das Trading-Tutorial mit Tipps und Tricks an dieses YouTube-Video, Leute. Das ist das bestbewerteste Bybit-Tutorial, glaube ich, momentan auf ganz YouTube tatsächlich. Das Feedback hier bei diesem Video ist unglaublich. Wenn ihr euch dann noch ein bisschen kostenloses Bonusguthaben abholen wollt, ich habe euch in der Videobeschreibung bei diesem Trading-Tutorial meinen Bybit, Femex und Duodex Affiliate-Link verlinkt. Wenn ihr euch mit diesen Affiliate-Links bei meinen Lieblings-Exchanges registriert, unterstützt ihr mich natürlich damit. Ihr könnt auch solche Trades eröffnen, wie ich das hier zum Beispiel bei dem Coinbase-Bounce gemacht habe, nachdem wir halt die Bestätigung hatten, wir wurden schnell aufgekauft, es kam gut Kaufvolumen rein. Ihr seht auch schon, ich habe die Position nicht hier unten geöffnet, ich habe die Position erst eröffnet, als wir gesehen haben, dass das Ganze ein bestätigter Bounce ist. Und dann könnt ihr natürlich auch solche Trades relativ einfach eröffnen, denn in den nächsten Tagen kommt auf jeden Fall, wenn es jetzt eben nicht in den nächsten, nach den nächsten 72 Stunden kommt einfach extrem große Bitcoin-Volatilität auf uns zu. Ich habe es ja bereits heute im Video, im ersten Video gesagt und kurz nach dem Video haben wir bereits 6% nach unten gesehen. Dann zack, direkt wieder 6% hoch. Das ist einfach extreme Volatilität für Bitcoin, ganz klar. Und da sind dann natürlich die Momente, wo man schnell Positionen eröffnen kann und wo man sich schnell mal ein paar tausend Dollar an Profit mitnehmen kann. Vor allen Dingen mit dem kostenlosen Bonusguthaben, was ich euch unter dem Trading-Tutorial verlinkt habe. Knapp über 1000 Dollar könnt ihr euch da kostenlos abholen. Und ihr unterstützt mich damit natürlich, dass ich euch weiterhin kostenlosen Content auf YouTube und komplett kostenlose Updates hier noch in der Telegram-Gruppe liefern kann, was natürlich mich Zeit kostet. Aber dadurch, dass ihr meine kostenlosen Affiliate-Links benutzt, dadurch macht das für mich trotzdem Sinn, mir da ein bisschen was natürlich dazu zu verdienen und meine ganzen Informationen und alles, was ich so live mache, eben mit euch zu teilen. Naja, ich würde sagen, danke für euren Support. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns spätestens morgen wieder in einem Video, nachdem ich dann wieder in Frankfurt gelandet bin. Wie gesagt, ich habe einen Flug schon relativ früh morgen. Ich werde jetzt vielleicht drei, vier Stunden schlafen und dann geht es auch schon direkt zum Flughafen. Das heißt, ich werde das Video jetzt noch schnell hochladen und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.